So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Base. Wir wollten hier unsere Basis weiter ausbauen. Wir wollen hier expandieren und irgendwann dann halt zurück zur Erde und die Weltherrschaft an uns reißen. Aber vorher müssen wir erstmal hier noch ein bisschen bauen. Ich weiß gar nicht, was war das hier? Ah, das war das Labor. Okay, gut. Dann bauen wir doch einfach mal eine Robotik-Einrichtung, würde ich mal sagen. Die setzen wir einfach mal hier hin und verbinden sie auch. Ich hoffe natürlich nur, hier fliegt kein... Oh. Hier fliegt kein Meteor rein in unser Lager. Okay, die Verbindung wurde gebaut und dann können wir hier einen Arbeits... Ein Arbeitstisch reinstellen. Und was wir auch mal machen sollten, glaube ich, ist... ein Landepad zu bauen, oder? Ein Grundfeld? Aha. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen einfach mal ein Landepad bauen. Oh, warte mal, stopp mal. Was war das denn gerade? Ein Raumhafen. Aha. Ich würde sagen, wir bauen das Landepad einfach mal hier hin. Aber die müssen ja auch alle da rein. Wir gucken mal unsere Basisverwaltung an, unsere Gemüseproduktion hält sich jetzt auf einem gewissen Level. Trockenfleisch haben wir leider nichts. Essen sinkt noch. Alkohol haben wir auch nicht. Das Erz steigt so langsam an. Metall fällt auch flach. Ja, so ein bisschen... Die Moral ist nicht besonders gut. Wie sieht es eigentlich mit dem Energiebedarf aus? 37. Wir haben bisher noch Glück gehabt mit dem Meteoron. Wie sieht es denn aus? die wassergenerierung steigt oh hier ist ein schlechtes feld oder was ist der oh das salaffeld ist sehr schlecht gewartet ich muss sagen für drei tage dass wir erst drei tage auf diesem planeten sind ja haben wir schon sehr viel erreicht wir machen einfach mal ein bisschen plus hier ist der schon fertig? ne der braucht noch metall was ist denn das hier eigentlich? ersatzteile ok ja da steht aber noch nicht wie viel arbeit die daran arbeiten können in der mine oder? ne aber die schleppen erstmal alles von da nach da ok das ist gut das ist gut jetzt sinkt die wassergenerierung wieder warum dann? warte mal ich möchte mal kurz was gucken tabelle wasser gibt es denn hier auch irgendwo? nee kein wasser ach ist schon wieder nacht ah das sollte man überstehen oder? hier brauchen wir nur einen ingenieur für was macht denn der ingenieur gerade? schlafen oder was? die haben auch so kleinen biorhythmus ja das passt schon das passt schon so hier wird wieder metall raus extrahiert das muss noch jemand abholen ja wir brauchen halt metall ja brauchen halt metall wir haben genug erz weil wir brauchen metall da wird wieder produziert und der tag ist angebrochen bzw läuft schon seit ein paar stunden wieso verbrauchen wir jetzt? energie ok ah ja ok weil wir nichts mehr produzieren verbrauchen wir natürlich aber der strom hier reicht nicht aus ok gut ganz wichtig ganz wichtig dass wir dann auch für die für den tag quasi ein solarmodul noch basteln ein großes ein großes vielleicht setzen wir mal ein bisschen weiter weg vielleicht setzen wir das mal hier hin oh das war doof das war doof das war doof das schaffen wir nicht scheiße können wir hier noch priorisieren? ne können wir nicht das sieht sehr schlecht aus für uns ja das sieht sehr schlecht aus für uns ich hoffe die windgeschwindigkeit steigt jetzt hier ein bisschen ja 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 bitte bitte helfe mir oh und der sinkt wieder nein oh nein warte mal müssen wir mal kurz ein bisschen langsamer machen hier denn wir können jetzt hier landen erlaubnis machen ja das schenke k mhm landen erlaubnis fenster mhm 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 wir brauchen auf jeden fall strom und die gewindeschwindigkeit nimmt es ein bisschen zu aber wir produzieren nur 21 23 24 steigt so langsam das schön aber es sinkt doch schon wieder mann 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 oh ja unsere basis schaltet sich langsam ab aber es wird es wird jungs auch wir arbeiten sogar eine reihe gerade an wir haben nicht kann wir haben kein metall mehr ja 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 wir müssen mehr energie produzieren wir produzieren generell zu wenig jungs 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 aufpassen hier wir brauchen dringend metall dringend beziehungsweise auch strom die beiden kann man nicht mit einer verbinden schade wo ging der nieder also wir haben ja genügend erz eigentlich das erz wird mittlerweile auch hier drin gelagert wunderschön hier werden heimittel hergestellt wir haben zehn momentan ja wir müssen auf jeden fall das hier priorisieren weil sonst reicht es nicht über die nacht gucken wir mal wie voll wir den energiespeicher noch bekommen da gucken wir mal wer da angekommen ist ein biologe oh sandstorm sandstorm steht kurz bevor wir müssen uns aber das ist gut für uns da jetzt auf der einen seite unser energiespeicher wieder geladen wird beziehungsweise trotzdem geladen wird obwohl es nacht ist allerdings auf der anderen seite auch schlecht für unseren einen typen der draußen ist der muss schleunigts wieder rein wo will der eigentlich hin ach da hinten hin mann 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 so wir machen mal ein bisschen schnarrer hier der sandstorm ist schon vorbei mein gott war gut überstanden und er hat hier leichte ja da muss ich hinlegen vorher noch schnell eine mahlzeit vielleicht sollten wir auch mal hier vielleicht noch ein retortenfleisch schrank hinstellen oh und da kommt ein händler was möchte er denn haben händlerhandel keine ressourcen war sandel er möchte aber möchte er vielleicht ein bisschen gemüse haben space gemüse würde er nicht haben oder aber ich kann einkaufen oder was ne dann danke ja wo es am anfang doch ziemlich schnell ging geht es jetzt ziemlich langsam voran denn wir uns fehlen die ressourcen unser wasserverbrauch steigt nämlich auch rapide an und die ersatzzwelle nehmen ab 8 ein gewebegenerator wurde gebaut aber was braucht der ach der stellt einfach retortenfleisch her schön hühnchen rindfleisch oder schweinefleisch wir bleiben bei hühnchen hühnchen da wollen wir mal gucken wer da jetzt gekommen ist ein ingenieur wunderbar und ein arbeiter ok wir haben mittlerweile haben wir zehn leute ich denke ich werde auch so auf meine anzahl an leuten mal verdoppeln wir konnten doch hier irgendwo ah ja hier steht es wir haben jetzt vier arbeiter drei biologen zwei ingenieure und einen sanitäter was war das da war ansehen ok wir sind alle müde hier die betten sind aber jetzt nicht so ausgelastet alter schwede wie sieht es denn eigentlich bei den meilensteinen aus naja unseren ruf von 100 erreichen das gemüse nimmt ab warum das gemüse nimmt ab warum das gemüse 9 da hm her dafür steigt Metall und Bioplasse, das ist super schön, super hier, dass wir uns ein bisschen mehr Materialien zulegen wie sieht es eigentlich mit dem Wasserhals aus, nicht so rosig wir sollten vielleicht noch einen großen Energiespeicher bauen, wer kommt hier wieder an? ein Sanitäter? okay Leute, das war eine kleine kurze Folge, wir müssen ja noch ein bisschen was bauen und ich werde mich für heute verabschieden, ciao